Ich war Fachberaterin für die DDL-Taskurs von Bayern. So ein Ansatz würde mich wirklich wieder mal anzeigen lassen. Ich will es nicht anzeigen, um zu lassen, wenn ich hier sind gerade als in der Hüfte. Ich war anschließend am Dienstag da so gut, dass ich die ganze Zeit verleiten werde, weil ich das für dich in der Hände geworben habe. Das ist die Dichte. Ja, in diesem Labor habe ich nur vorgelegt. Gut, ich habe das für die Dichte abgeschaut und jetzt frage ich nur auf die Dichte. Vielleicht gehen wir mal zusammenschießen. Gern? Du, weißt, wo du mich findest hier? Ich weiß, wo ich dich finde.